Also liebe Leute, wir sind hier gerade in Fort Rochon, super Spielfeld und ich führe euch jetzt liebevoll durch das Spielfeld. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Das ist jetzt 5 Uhr morgens, oder? Der Marius! Der Rui ist auch dabei! Hallo! Hallo! Aber wir müssen gleich auf jeden Fall noch mal ein cooles Video machen. Dann kommen wir gleich irgendwie aus dem Horizont. Und wie sagst du möchtest ein bisschen mehr Freiheit haben? Ich sag zwar gerne vorne. Hallo! Ich bin der Huh! Ich hab ne lustige Hose an! Das sind noch die Kilometer, die wir vor uns haben. Dann machen wir das auf die alte Art und Weise. Dann gehen wir mit dem Guckzack spielen. Dann gehen wir mit dem Guckzack. Dann gehen wir mit dem Guckzack. Dann gehen wir mit dem Guckzack.